und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von american truck simulatua und heute fahrt raus lasst uns loslegen call box so wie sieht es eigentlich aus wir brauchen 18 stunden was gerade bei 18 stunden kommen wir doch recht wenig vor 60 stunden also wir haben über 40 stunden reserve wir können also letztendlich pennen gehen wenn wir wollen aber wenn wir also immer damit dunkel ist ok die 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 sind für uns aber ne drei meter später kam die böse überraschung lkw ist müssen draußen bleiben Okay. Was ist das? Das war's für heute. 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 Oh, 80. I like that. Oh, 65. Oh, 60. 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 60. 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 70. 60. 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